Und mach direkt weiter. Möööö. Mööööö. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Gras ein. Gras! Gras, lecker. Ja, wenn ich Kat mach, dann dauert es bei mir ein bisschen länger. Ja, du musst alles abspeichern. Ja. So, Einmal erstmal nach Hause. Ein paar Bienenboxen bauen, dann können you schon mal arbeiten. Tak 28, vielleicht 29 Tage. Ey, ist das nicht unser längstes Ding schon? Ich glaub, ja. Oh mein Gott. Wir werden die Oberprofis. Nicht. Also wenn wir dreistellig schaffen, ne? Dann sollten wir aufhören. Dann macht das keinen Spaß. Dann sind wir zu OP. Nein, dann wird es immer stärker und schlimmer. Immer stärker und schlimmer? Ja. Kommt ein paar Hunde mehr. Dann kommt mal ein Baum mehr. Jo. Gut, die fetten Spinnen hatte ich noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Weil die scheißen nur Bienen aus, wie ich gesehen habe. Bienen? Meinst du nicht Spinnen? Ja, Spinnen. Ach, Kopf. Ja. Ich kann auch eine Spinne Bienen auskacken. Ja. Ja. Seit heute, ja. Seitdem... Seit ich das gesagt habe. Seitdem ich das gesagt habe. Warum liegt hier ne Frucht rum? Weiß ich nicht. Hast du die rausgeschmissen? Was ist? Riesen-Meteoriten... Vor der große Meteoriten eben runtergekommen. Hä, warum liegen hier Sachen rum? Weiß ich nicht. Hier liegt ein Mais rum. Hier liegt ne Frucht rum. Hast du das rausgeworfen? Nein, habe ich nicht. Ich habe es in den Kühlschrank getan. Okay. Boah, eben kamen hier voll die Meteoriten runter. Warum liegen da Beeren in der Kiste? Warum liegt hier Stroh rum? Weiß ich nicht. Gott. Du hast es mal in den Kühlschrank füllen. Ich dachte, das gibt es einen besonderen Meteoriten... einen besonderen Stein. Zack. Meteoriten runtergekommen und mit einem oder anderen Stein. Okay. Dann kommen normaler Stein aus. So, Fisch. Behindert. Schauen wir mal eben. Machen wir, was wir hier stehen können. Du müsstest auch die... Fisch-Bienen-Farm machen können, oder nicht? Ja, die wollte ich ja machen. Ich wollte erst mal so ne... Äh... Moonwalk? Ich höre das inzwischen und mit einmal kommen die Meteoriten runter eben. Webbit. Webbit, Webbit. Wo ist denn das Kack-Ding hier für die Bienen? Wie blöd. Ja. Was ist das denn? Wow, schon wieder? Ja, ja, da wird hinten... Da hinten kommt immer viel. Stormkeller. Archist. Pudding-Floor. Ah, das sind die. Buffalo-Fill, okay. So ne Kack-Beanbox. Zunter Food. Icebox, Largebox, Survival. Heiling-Seil. Hä? Was sind die... Hä, hast du denn die Bienen-Box gefunden? Bean-Box? Ja. Unter welchem Ding ist sie denn? Wo war die denn jetzt? Bin ich grad zu blöd, die zu finden. Die ist unter Food. Warum ist die unter Food? Yo. Wie behindert ist das denn? Weil das Essen ist Honig. Das gibt ja Honig, deswegen. Und das ist Essen. Ja, und die muss ich jetzt verarbeiten, sonst sterben gleich alle Bienen. Hast du die irgendwo hingetan? Deine? Hä? Meine? Ja, hattest du nicht welche mitgebracht? Ich hatte doch nur eine und die hab ich gekillt, weil ich eh schon weit weg war. Und bevor sie stirbt, kill ich die lieber. Oh mein Gott. Ich war viel zu weit weg, hab ich doch gesagt. Da hört ein Schwachkopf immer wieder nichts zu. Ne, das ist eigentlich... Ah ja. Standard-Flash. Äh, machen wir zwei Bean-Boxen und ein Fisch-Ding. Okay, dann brauchen wir zweimal Holz. Können ja immer noch auf Bienen-Fang-Tour gehen. So ist das nicht. Zwei. Ach, wie viel Holz bräuchte ich denn jetzt? Insgesamt. Okay, das hab ich schon. Mein Ei! 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 Äh, wo tue ich mal die Bienen denn hin? Soll ich die mal ganz, ganz oben in die Ecke reintun, oder was? Mach doch keine Ahnung. Ist doch deine Sache. Oh, ich stell die mal irgendwo neben. Mein Ei! Cheers! Es, es dreht schon wieder oben. So. Machen wir noch eine Bienen-Box? Ich hab sie gegessen einfach. So, jetzt haben wir zwei Bienen-Boxen. Ja gut, du kannst ja eh die Bienen da auch von der Bienen-Boxen fangen, ne? Das weißt du, ne? Ja. Ich bin auch der Meinung... Warte mal, war das nicht so mit den Schmetterlingen, dass dadurch Blumen wachsen? Weiß ich nicht. Ich wollte gerade eine Biene töten. I don't know. So, jetzt will ich noch eine Fisch-Boxen machen. Was brauche ich denn dafür noch? Zweimal Fisch, den hab ich in der Truhe. Und fünfmal Holz, okay. Das ganze Holz, ich muss wieder neues Holz besorgen, dankeschön. Mach mal. So. Jetzt war wieder das Ei geklaut und gleich gegessen. Ach. Und zweimal davon. Und eine Fisch-Farm. Yay. Yay! Eine Fisch-Farm, zwei Boxen. Ich behindere. Zeug ausstellen. Nix ist abgestürzt, sauber. So muss das laufen. Ja, das hab ich auch schon getestet gehabt. Alles gut. Nicht ausgraben, du hässlicher Faggot. So, Bienen. Arbeit, Mann, schön für uns. Sammelt den Honig. Jetzt können wir einfach Bienen hier von hier oben einsammeln. Ich darf nicht durch Bienen, dass da Blumen automatisch dann kommen. Weiß ich nicht. Boah, alter, Trutern, ne? Wenn du jetzt mir irgendeine Beere klaust hier, ne? Alter, wir haben jetzt zwei Trutern hier. Ja. Schau mal, ob du einen Bomberang bauen kannst, dass du die damit killen kannst. Nein, nein, ich mach mir keinen Bomberang. Da tue ich mir eher selber weh. Ich will die ja irgendwann einsperren hier. Nee, das hab ich bei mir immer gemacht, dass ich einfach die Bärenbüsche einfach immer eingesperrt habe. Bist du da rum reingekommen wieder? Ja, ja. Abgebaut oder was? Nein, nein, einfach immer ein Loch noch gelassen, dass ich immer noch reinkam. Die sind zu blöd da reinzukommen, oder was? Nee, die droht, du machst die Bärenbüsche und drumherum machst du Stein-Ding und lässt unten einen Eingang für dich. Und wenn die dann, wenn du alle abgeändert hast, die gehen da manchmal nicht raus, weil die nicht da so schnell so durchkommen. Und dann kannst du sie töten? Ja. Okay. Das ist eigentlich voll chillig. Das ist total chillig. Boah, unsere Essenskiste ist fast. Alter, wie viel Essen? Spitzsacken bauen. Spitzsacken bauen. Ich hab mir mal wieder ein paar Spitzsacken gebaut. Wie viel Essen? Ich tue mal was. Was bauen. Ja, ein bisschen Essen wieder. Es ist echt dunkel. So. Da vorne wäre ich in der Kiste. Ich muss gerne mal das Werkzeug noch aufstocken. Na, scheiße. Okay, das ist also nicht. Geil. So, das haben wir alles. Jetzt wächst hier nichts mehr, ne? Samen. Ah, ich muss blenden. Shit. Ich muss da noch was essen. Blenden. Ich bin... Hat mir schon so ein bisschen weh. Hast du auch noch Rüstung? Nö. Na, siehst du, da merkst du das. Ach, jetzt Maul. Das war klar, dass das wirklich mit Sparren. Naja. Eins, zwei, drei. Weg damit. Dann brauchen wir jetzt... Ah, ah! Marblesuit. Hab ich denn... Marblesuit, das weiß ich. Ach ja, ich hab 28 Gold, ne? Oh, nice. Cheater. Fick dich. Hahaha. Kann man Marble irgendwie herstellen? Strukturs. Coding Floor. Oh mein Gott. Coding and the floor. Das kann ich da oben herstellen. Ach, so ein Hut. Jo, brauche ich nicht. Bläuft vorhin eine neue Rüstung. ich kann mir noch eine ersatz rüstung machen hallo ich wollte hallo danke eine rüstung bei euch noch ich brauche staufel habe ich noch ein speer habe ich noch eine axt auch heftig blume da können wir sparen immer schmetterlinge raus ok die blumen lasse ich mal jetzt kann ich keine mehr fangen weil ich kein netz mehr habe so ähm also 25 bringt die butter what the fuck was 25 25 essen 30 gold ich verkoche jetzt erst mal ja alles ich hab schon zwei stecks stein erst mal alles verkochen was hier ist ja mach mal du nute damit wir ein bisschen essen haben dass ich mir mehr zacken weiter bauen kann jungs kocht mehr kocht mehr ich habe auch wirklich kaum essen dabei ich sammeln unterwegs war so ein das bringt mir auch ganz gut was wenn ich ungekochte sachen esse die bringen mir mehr als gekochte sachen lol wirklich schon komisch ne ruffy halt ja alles fresser aber gut dass die das mit reingemacht haben mit monsterfleisch essen ja zumindest verwendung weil wäre unten ja aber wäre unlogisch wenn die das nicht gemacht hätten ja irgendwas muss ja auch immer normal bei waffi ja der frisst alles 2 2 kann ich noch irgendwas kochen mit der länge würde ich ein bisschen zu sagen aber geht